wua! Was wird denn? Morgen Jungs! Wir haben ein neues Update für SCP Containment Breach die Version 1.1.5 WTF? Achso, das sind die neuen difficulty levels Ok. euclid-kita zu den kasten kasten was kann man da machen aber da kann man dann okay aggressive npcs genau da kann man bei euclid kann man nur noch am computerbildschirm sein das finde ich ganz gut irgendwann stand zumindest so nicht nirgendwo drin da stand nur bei euclid nicht genau es gab ja nur euclid und kita das waren die beiden genau auf euclid stand normal saving und bei kita stand permanent death und jetzt gibt es safe euclid-kita custom safe ist wie immer denke ich mal euclid heißt du kannst du noch an bestimmten stellen im chenjok oder irgendwo stand dass man nur noch an monitoren oder bildschirmen irgendwie ich weiß nicht was für welche speichern kann und bei kita sind die npcs more aggressive so mache ich heute kein licht deswegen deswegen ja was dann wollen wir zu lassen ja lass uns aber aber spiel mal ich würde sagen wir machen safe heute erst mal weil wir erst so ziemlich soweit wie möglich eigentlich kommen wollen ausnahmsweise oder nicht in euclid die nächsten versuch kannst du machen er ist nicht und das spiel ist übrigens auf 240 megabyte gewachsen ich weiß nicht wie groß davor war knapp 150 oder sowas aber das auf jeden fall jetzt einiges dazu kommen boxer for us ist teilweise auf jeden fall integriert worden und du kannst mal einfach den chatstock ja ich bin jetzt schon drauf dass ich hier alles abgeht ich weiß es selber nicht mehr genau das nicht so viele verdammte updates in der zeit kommen momentan hat sich wieder einige was stabilisiert die 125 ist seit einer weile jetzt draußen und wir spielen es jetzt und da ist jetzt nichts neu also ich habe vergessen kann zu aktivieren ja jetzt ist also einige editions von der box aphoros mod edition mit e ja edition mit e und doppel d aber trotzdem sap 178 1074 und 1123 keine ahnung was es ist aber auf jeden fall drei neue es ist der kontrast ist viel höher oder kommen wir das nicht so vor oder liegt das am monitor dass das schlecht eingestellt ist oder wir das bild nicht an das licht nicht an haben das ist so grell so nee man muss ja zumindest die dunklen bereiche deutlicher sehen schon mal siehst du hast du schon fast schwarz aus ja neue rooms night vision goggles das ist von box aphoros genau ja immer noch so für das clipboard for storing documents und ein achievement menü neues difficulty system haben wir gerade gesehen okay aber das sind wahrscheinlich die oder 7 biohazard doctor doctor found the cure was mit der cure gemeint ist so sagt er das doch ein uhr in the pocket dimension hat aber dafür einen anderen raum ersetzt mit den rauchwolken welcher raum war mit rauchwolken ich hasse die pocket dimension sowieso als mehr oder weniger so ein glücksspiel ist ob du da rauskommst oder nicht dann irgendwie ne ein paar änderungen im maintenance tunnel 173 hoppt jetzt nicht mehr irgendwo aus dem nichts raus ach ja genau das ist ein logisches ein logisches pathfinding system jetzt hat oder sowas ja irgendwie dass die die ss die sich teleportieren können was die spawnen nicht mit richter und spieler hast du diese stimme gehört? ja hat nicht verstanden was RCS gesagt hat das war unheimlich treppen scheiße dunkel treppen gehen jetzt einfacher zu steigen das haben wir ja gemerkt Gott, so soll ich das jetzt spielen vor allem was ist das für ein raum? was? du bist denn verdammt ich hab keine ahnung ich kann dir nicht vorlesen wenn so eine scheiße abgeht das ist der erste raum jetzt nachtigen da ist ne fucking camera ah ok ich hab jetzt wieder einigermaßen wieso ist es dunkel das gefällt mir überhaupt nicht das ist absicht wahrscheinlich das ist abgehendet das ist einfach nur behindert das ist doch gut ich würde die alten Westfonds spielen ich find's gut ah hier geht's wieder einigermaßen aber das ist mir echt zu dunkel ich glaub fürs video stellen wir da das kann man ein bisschen höher können wir machen ähm sonst erkennt ihr ja gar nichts liebe Leute schauen den hätte ich jetzt auch gar nicht gesehen NPCs sind jetzt anders animiert was 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 keine ahnung falscher alarm was haben wir hier noch ähm ja das fangt ist jetzt schwul keine face drops bei mtf's bugfixes bei der der macht es nur noch und nicht und nicht und nicht intelligent hast du gehört? ne aber das ist realistisch ja aber dieses ja das war alles geiler was war denn hab die Tür auch gemacht und dann stand der da ja gut noch mal und du wolltest Kita äh gibt's ja nicht irgendwie das Green Gamma danke bitte mach halt mit au aber das ist auch Arkel bitte komm ich present musst du die 67 ne du musst du musst raus in diese in diese in die Datei für mich hinschreiben da hinten ist ein bisschen Maßband ja ich denke das ist ja jetzt mach einfach so schauen wir ob's besser ist wieso so standardmäßig nicht einfach auf 50 damit's more scaring wenn du willst kannst du ja jetzt mal U-Clip machen ja hat sich ja gelohnt das haben wir erstmal safe gemacht also wir haben jetzt hier noch zum teil ist es gut wenn es so ein bisschen dunkler ist muss mal was ausprobieren Bäume verbessert ja hm das schaut schon was fixed a bug im SCP-970 which made it possible to duplicate items also konnte klonen 970 970 der Endless ist doch der Endless Hallway oder nee der ist 860 glaube ich das ist dann der 970 oder hat er von 940 970 ist das irgendwas aus Boxer Forrest kann das sein dieser Baum oder so nein nein er hat doch das ist in der 1.1 da gab es kam er die ganzen Dinge erst die ganzen Boxer Forrest da kann er das noch nicht gefixt haben keine ahnung konnte irgendwo klonen das müssen wir mal ausprobieren in der 1.1 970 sind wir jetzt Donau wüsste ich jetzt nicht was das sein soll muss jetzt googlen sorry das ist doch der Endless Hallway verdammt sind nee SCP-970 wahrscheinlich hat er sich vertippt in meinen 940 der Recursive Room ja der Endless Hallway 970 ja guck doch und was ist 860 860 war es nicht der Eric Ah das kann sein ja dann passt es ich schaue aber mal 860 nee ich glaube du hast recht 90% nee 860 ist der Wald oh was ist dann Eric das kann ich nicht nachschauen nein ist ja auch egal dann ist wohl war der nicht 087 oder so mir egal ok gerade ach shit ist eigentlich echt egal warte mal jetzt ist es voll hell Junge ja so ist es fast normal also ein bisschen heller als normal ist es vielleicht jetzt müssen wir Gamma runterdrehen wir können es beim nächsten mal wieder äh wir müssen Gamma runterdrehen das kommt wohl auf diese Räume vor allem die kommen vor allem wieder in der Zone kommen die nicht sonst immer in der in einer anderen Zone toll das will ich mit jetzt bringen ich bringe ich mir jetzt meine auch ich bekomme auch gar nichts mit wegen Scheiß ja bis wohin bist du jetzt gekommen du hast so drei Viertel vom 1 1 äh ja gut ja oder wir gucken einfach was ein neues auffällt und Gamma Slider works the way it should now ah not just increasing brightness ah ok ja gut ja gut dass wir jetzt schon äh die neue Version spielen und die SCP 939 Animation wurde gefixt irgendwie ok wir sind mit 1 1 durch das Ende war noches Bug fixes 1 1 1 Bug fix noch so ein Bug fix Meinst du das ist safe? ja los 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 so geht es los Glück auf Glück auf ich hätte bei jedem Fall ja gesagt weil das ist doch viel lustiger oder? wenn du das verkackst es sind nur Bug fixe ja dann ist ok 1 1 2 ok die kriegen wir ja gar nicht mit diese Bug fixe weil wir die 1 1 gar nicht gespielt haben und es sind auch wieder nur Bug fixe dann müssen wir den hier ausprobieren ob da irgendwas neu ist 50 mal oder so das war so mies ey das sind lauter Fehler ok jetzt sind wir bei 1 1 4 oh hallo ist das schon Kawaii? nee so würde ich das jetzt nicht sagen ist das schon Ron? Exiting the forest now works properly you won't end up in the same side of the door that you entered the forest from so hallo ok wir sind bei der letzten Version bei der aktuellen Version Bug fixes bei Juan J Pro meinst du das klappt? ja oder tötet der mich? ja klappt boah alter alter das war knapp ok das sind jetzt wieder viele Änderungen fix aber was könnte das für ein Raum sein weil da ist keine cp hild und da ist eine keycard das interessiert mich oh shit change elevator messages so players will now eh no ja das habe ich they don't have to spam the button das habe ich gelesen hast du mal gesehen was schon ne hab ich mir das so vorstellen äh dass wenn du drückst dann aufzug kommt irgendwie dann kommt er dann geht die Tür auf und äh und äh dass du jetzt eine Message bekommst vielleicht sogar wenn er dann losfährt mhm müssen wir mal probieren und wenn du die Message nicht bekommst dann musst du den Button eben weiter spammen eigentlich schon was neues jetzt gesehen außer den Anfangsraum nicht wesentlich ne auch diesen einen Punktenraum da jetzt eben mit der keycard nicht wesentlich aber da bin ich da bin ich nicht reingekommen weil ich nur eine Level 1 habe aber ich weiß wo ich die Level 2 herbekommen oh oh 106 killing you instantly in the pocket dimension also kann er dich jetzt in der pocket dimension auch nicht mehr direkt killen anschein das war ein bug oder was anschein oder ja es steht fixed würdest du jetzt da anfangen oder oh ok 173 can't fly anymore fly fly was ist da los wir hatten einmal einen Jump weil das wahrscheinlich meinte das oder ja das hat er ewig nicht mehr gemacht das habe ich zuletzt gesehen wir sind 0708 in dem Update wo dieser neue Anfangsraum kam wo der dann da unten durch den Boden gesprungen ist wo man seinen Kopf dann gesehen hat und wir ein paar mal voll erschrocken aber seitdem ist das noch passiert beim Petwalk auch nicht NPCs can't go through the invisible sides of walls also die room collisions are double sided now hast du schön gesagt halt warte oder ich habe nur vorgelesen was da steht ich glaube ich habe nur vorgelesen was da steht fix 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 ich glaube ich muss durch den SCP 939 raum gehen hä? Izumi Junkos Notes Smaller welche wäre es? ist der Izumi nicht der 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 173 erfunden hat? bzw. diese Skulptur ich habe keine Ahnung gemacht hat? aber was für Nodes du studierst doch japanisch ich studier japanisch? nein ich lerne japanisch oder so Inni was ok das sind wieder nur so fix achso das steht ja auch bug fix scheiße ich habe jetzt die ganze Zeit bug fix vorgelesen ach das ist der ICP-Round gut ich bin durch dachte ich brauche dann ein halbes Jahr dafür aber das insgesamt bei so einer anderen 2 ja das waren lauter also außer 1.1 waren fast nur noch bug fix jetzt wer mal bitte den Button also da kam auch Zug ich höre halt den Aufzug 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 warte mal ich habe jetzt gar nichts mitgekommen aber das ist ein Clip-Oper war das? äh ich glaube am Anfangsraum oh ok oder so äh items stapeln kann man immer noch nicht also immer noch nichts also immer noch nichts ah wäre halt cool wenn die zumindest nicht einen halben Kilometer irgendwo anders landen würden sondern so ein bisschen daneben das ist total sinnfrei einfach nur er ist schon realistisch aber nein realistisch ist dass ich items auf dem Haufen aufeinander legen kann nicht dass ich eins auf dem Boden leg das zugelich direkt an derselben Stelle und dann landet es aber 2m weiter da drüben alter ohja achievement unlocked unlimited access achievement so haben wir jetzt noch Navigator ne egal wir haben die Keycard das ist das wichtigste einerseits das ist so gut ne ich lasse es so battery habe ich bist du entspannte? also du? kannst du es besser oder stimme machen? man weiß es nicht das war bin ich für Sicherheit und würde sagen wir machen nichts ok aber die Gasmaske oh die geht noch mit kannst du machen jetzt haben wir also noch kein neues SAP gesehen einen neuen Raum vielleicht wenn das zählt am Anfang als ein neuer Raum und kein was haben wir noch? den Aufzug haben wir noch nicht gesehen ganz toll genau so wo bin ich jetzt hergekommen? von da glaube ich bin ich jetzt da lang einfach mal so aber andererseits frage ich mich auch was da hinten jetzt war meins ich komm nochmal zurück ne ja doch ok und ich frag mich wo die ganzen neuen Räume und SAP sind war das neues Geräusch irgendwie so? keine Ahnung war irgendwie laut das war mehr so ein Krabbelgeräusch nicht mehr so ja ist auch ninsig ja dann check ich jetzt mal ab was jetzt dieser Secret Room hinter dem Notenblatt war und danach äh muss ich durch den 939 Funnel Secret Room? ja da war ein geschlossener Raum für eine Keycard eben ach so hab ich gar nicht gesehen hab ich grad vorgelesen wahrscheinlich oh was ist denn da los? trägst du da was neu? jetzt ziegst du das jetzt ziegst du hier ja der Key gut also nicht der Wald ist der sondern der Key das ist das Buch aber das guckst du ihm nicht an oder? äh später dann vielleicht mal ja willst du safe zwischendurch immer? ja kann man machen ach die Karten kann man da auch ja das ist ja das Buch da reintun? äh ich mein das ist ja wie eine dicke Nome oh jetzt hab ich ausversehen draufgelegt ah du hast Chicken Pox ah kann man da sterben? but non-threatening disease so so was ist jetzt passiert? du hast Chicken Pox was ist das? ich weiß Windpocken but non-threatening das heißt es ist nicht gefährlich oder oder was? ich glaub schon keine Ahnung was mal wegkommt wir sehen sie ja dann der kann sie nicht mehr oder? der kann sie nicht mehr oder? der kann sie nicht mehr oder? naja whatever SAP 420J wird helfen platzliche Parmikums ja phytotherapie so äh aus welcher Richtung ich bin jetzt gekommen? ich glaub da musst du mal da bin ich hergekommen oder? ach so wenn die Tür da auch offen ist ne du hast die zugemacht Also da ist dann auf jeden Fall eine Sackgasse hier. Könnte es sein, dass da dann das Mutenblatt ist? Weil das war auch eine Sackgasse. Schauen wir mal. Der Secret Room. Vor allem, der macht jetzt nicht mehr zweimal, ne, dieses Tesla Gate. Normalerweise, wenn du da nochmal durchgegangen bist, hat es nochmal angeblitzt, aber jetzt macht es nur einmal. Jetzt kommt drauf an, wenn du langsam durchgehst, dann wird das nochmal getriggert. Also das hat es nicht immer zweimal gemacht. Hm, wie du meinst. Ja, bin mir sicher. Okay, dann war das an einer anderen Stelle. Jetzt geht er mal weiter. Da bin ich noch nicht links gegangen, zum Beispiel. Was soll ich da ran, danach? Was? Ach, ist es die Batterie hier? Könnte es sein. Wie es wohl hell wird, wenn du das Menü aufmachst. Ah. Ach so, weil du dann, ach so, ja, das habe ich es kapiert, weil der Navigator ausgeblendet wird. Äh! 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 Blinzeln! Blinzeln! Ne, warte, ich gehe da nicht lang. Oh, Prosti! Ne, weil da, äh, das ist dann eben neuer Weg wahrscheinlich, ne? Und ich will ja erstmal den Secret Room hier. Wir wollen ja neue Features entdecken. Ja, ja. Ich dachte, das ist ja ein neues SCP. Oh! Aber eigentlich haben wir die Mod ja schon gespielt. Eigentlich müssten wir alle SCPs kennen, oder? Außer da sind neue dazu. Ja, Box of Forest. Ja, okay, aber äh... Eben, wir wissen ja nicht, was jetzt alles neu ist. Ja, ja. Ah, ich glaube, da hinten ist, äh, das Ding. B? Der Secret Room, den ich gemeint hab. Hm, du bist nie durch so'n Raum gegangen, oder? So ne, wo du stolz. Das war an... Doch, stimmt. Nee, aber das war so'n Raum, äh... Na stimmt, der ist schon... Der kam... ...nach... ...dem Notenblatt. Hm, aber das schaut jetzt aber vor mir raus, wie... Du laufst doch zum Anfang, oder? Nee, vom Anfang komm ich gerade... ...quasi her. Scheiße. Die Tür, die ist jetzt auch total leise. Ich hab mir jetzt gar nicht mehr... Ah, ich glaube, hier bin ich richtig. Was ist denn da? War das der Endless? Ja. Ja. Na, den lass mal lieber. Ja, da bin ich schon zweimal durchgehauen und hab gekippt. Rausgut. Ja, genau. Wir sind richtig. Cool, ich hab alles verpasst hab als den Scheiß-Tipp. Wir sind richtig. Schau, hier ist das Notenblatt. Okay, und da war vorhin nur 173. In den Raum bin ich nicht reingekommen. Okay. Ja, genau, der war auch da. Ach, das ist dieses Kristall-Ding. Kennst du es noch? Glaub ich. Nee, das sah anders aus. Das sah so aus. Das war so Gummizellen-mäßig. Ja, ja, danach. Aber jetzt noch mal. Oh, nee, doch nicht. Eindeutig der Kristall. Ah, das ist einfach nur so ein... Ja, aber sowas haben wir auch mal gesehen. Ja, das ist so ein... In Box of Horrors. Das war so ein Storage-Room-Dings. Da ist noch ein Cliport, oder? Ja, genau, aber das hat ja nicht genug Platz. Ich überleg grad, was könnte ich entbehren. Eigentlich nix, die Batteries, die brauche ich nicht. Das scheiß Buch hast du doch eh schon angeguckt. Hast du eh schon angeguckt? Ja. Drop das mal. Soll ich droppen? Ja. Ja, in Versionen davor war das so, dass jedes Mal dieselbe Krankheit kam. Also innerhalb von einem Spiel. Okay, schon du kannst das ganze Inventar mit Clipboards voll machen. Ja, aber du kannst nicht alles in Clipboard dran machen. Die Karte geht ab. Die Karte hätte ich gern draußen, damit ich so schnell ran kann. Mach doch. Hä? Ähm. Was liegt da oben? Wetterin? Okay, da oben ist ein Radio. So, ich warte mal. Willst du den Radio mitnehmen? Was machst denn du? Nee, die Radio will ich nicht. Okay. Habe ich gar keinen Platz dafür. Dann geh weiter. Du bist unsere Zeit. Mein innerer Autist. Wollt ihr die Item-Seguflie sind voll ordnen? Ja, okay. Dann gehen wir jetzt diesen einen Weg. Oder welchen? Es gibt zwei Möglichkeiten, oder? Ähm. Oder wie oder was? Ich blicke jetzt nicht ganz durch, deswegen. Mach einfach mal. Guck mal, wie er da steht. Wie er da steht. So, also es gäbe jetzt die Möglichkeit hier hoch zu gehen. Ja. Da würde ich jetzt auch mal lang gehen. Ich glaube dann kommt... Wieso ist da nur die Hälfte vom Weg? Waren wir da schon? Ja. Das kann sein. Wie ist er da umgedreht? Oder irgendwas war, was mir nicht gefallen hat wahrscheinlich. Es könnte sein, dass es der Non-Tranon-Tunnel ist. Ja. Geh doch rein, bitte. Zum Beispiel. Die haben da jetzt die Animationen gefixt. Ja. Oder so. Geimproved. Kommen wir jetzt aus dem Aufzug? Show yourself. Als Stiefment. Oh ja. Nee, komm auf zu. Glaube ich nicht. Warte mal, ich kann es mal ausprobieren. You call the elevator. Das heißt, er kommt dann jetzt demnächst. Ah, okay. Also ist schon mal gut, wenn du dann hierher entflüchten musst. Vorsichtig. Du weißt nicht, vielleicht hat er noch was umstrukturiert. Naja. Naja. Also ganz korrekt ist das Movement noch nicht, aber... Nee, die Attack-Animation hat er geändert. Na toll. Ich weiß nicht, ob ich die sehen will. Naja. Oh, der soll mal da weggehen. Ich fühl ihn jetzt auch nicht mehr. Vielleicht kommt da auch schon mal wieder der andere. Chill mal. Der steht da hinten. Der andere, wo bleibt der? Der ist schon durch vorbei, oder? Nee, da steht er. Das ist den Fuß. Ah ja. Fuck. Dann geh da lang jetzt. Drehen die eigentlich irgendwann um, oder? Oh, ich hab die Hand gefunden. Langsam. 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 Gehen wir noch einen Schritt. Nicht in den Blickfeld von dem anderen bist. Wobei die sind ja blind, ne? Oh, das Rohr des Grauens. Diese Episode hat übelst viele Klicks, ne? Echt? Ja. Okay, ich hab's geschafft. Rohr des Grauens. Sogar die Hand. Der kann jetzt bei 682 abkürzen. Der Elevita ist moving. Hast du gesehen? Echt schon da? Ja. Gibt der uns? Was? Nee, bist schon. Da war so weiß schon. Okay, wo gehen wir lang? Wo ist das? Was, 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 was? Oh, warum hat's das Ding gemacht? Der Aufzug. Weil der Aufzug schon wieder runtergefahren ist. Mal gucken, ob er's wieder so macht. Nee, lieber nicht. Er macht doch nicht. Beim rauskommen hat er auch eine andere Animation gehabt. Commotion. Ah, da ist der Crystal Skull. Okay. Da haben wir ja einmal richtig scheiß gebaut, ne? Ja, der hat uns da so rein reputiert, ne? Ja. Oh, komm mal. Oh, komm mal. Come on. Come on. Komm mal hinter dich. Nee, von da muss er kommen. Ja. Kannst du das? Kannst du das? Ich weiß es nicht. Mach jetzt. Ach, ich sag dir. Shocking circumstances. Shocking circumcision. Schau mal die Achievements, wie viele wir schon haben. Drei oder so. Nee, mehr. Was? Eins, zwei, oh, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Was geht denn? Neun. Das hat man gerade eben. Annehnlicher Access. Atrocity Skull. Helflich erwartet. War aber nicht der Crystal Skull. So, oder? Ja, da bin ich ja nicht mehr reingegangen, ich bin nur am Raum vorbei. Ja, manche sind aber so helle, manche sind nur so grau. Wahrscheinlich, wenn du das gefunden hast. Nee. Nee, entweder die sind so ein Schloss oder das ist ein Bild. Found Erzähl wahrscheinlich wenn du auf dem Gang bist So Ähm, da lang Dann sterb ich Nimm das da geht Das ist ja richtig dumm Aber wir können eigentlich mal wieder speichern Nach all den Gefahren Ja, save mal Oh, man braucht einen WID-Computer-Screen Der Architekt Oh, der Teddy Warum der Architekt? Das ist der Nickname von dem Teddy Ist er von Matrix, oder? Der Architekt Der Raum mit den vielen Fernsehen Und bei Inception gab's diese Architekten Ja, was? Was ist das für eine Blurry-Site? Es wurde nur Blurry und diese Dinger da sind Aufgetaucht Das ist neu vielleicht Da rennt jetzt vielleicht nicht mehr durch Es war eh wohl dämlich Oder war schon dumm Äh, es war sinnfreier als der rausgekommen ist Dann haben wir es richtig gemacht Damit er weitergegangen ist So Na gut, dann brauchen wir halt einen Computerscreen oder so Die Frage ist Ist es wurscht Was für eine? Oder sind es diese schwarzen Wo man nichts machen konnte? Was weiß ich meine Wie? Diese schwarzen Bildschirme Wo irgendeine Mail zum Beispiel offen war In so einem Office-Room Ich weiß es nicht Gibt so viele Monitore gar nicht, wo man dran kann Weiß ich nicht Aber in diesem Office-Room fällt mir jetzt ein Und in so einem Doctors-Room glaube ich Da ist er nicht Wenn ich einen sehe Oh, die Glocke Zeige ich dir Nein, doch nicht So sowas Warte mal, ob das jetzt da wieder passieren Ne Nein Nein Boah, aber Oh, da gibt es jetzt auch Die schauen voll Voll Keine Ahnung Steampunk-mäßig aus Bisschen, ne Ne, Steampunk ist es nicht Aber so die Farben irgendwie Keine Ahnung Okay Oh Achso, ne, warte mal Den brauchen wir nicht, der ist nicht neu Ja doch Das dauert zwar ein bisschen Aber ähm Da kommen wir zu einer Pille Dann kann ich nicht von dieser Hühnergrippe oder was heilen Ist doch fucking egal Du willst doch nicht zu diesem Tentakelmonster rein Ne, will ich nicht Da sagt man aber den Code zu dem Raum da hinten Den können wir uns eigentlich auch mal merken Ja Musst jetzt einfach Jetzt dauert es halt ein bisschen Ja Ja Bla bla bla, gib mir den Code Genau so So, was haben wir jetzt eigentlich Wir haben ein neues SCP gesehen, ne Nicht gesehen Aber wir haben halt den Raum gesehen Von einem neuen Ist wie viel Ist das Skull? Ja Ja Okay Ich versuche es Ich würde mich nicht blöden, wenn du nicht Ich sehe, dass ich mich nicht Aber bitte Ich brauche deine Hilfe Und schnell Die Maske hat mich in meinem Gesicht für einiges Zeitpunkt Und ich denke, ich brauche Medikamente Oder es könnte mich von der Inseite Lass mich raus Und ich kann uns einen Weg finden In der Zeitung Luke Luke Da gleich Luke Ja Meinst Ja Das weißt du noch Weil an den Code kannst du dich nicht erinnern Jetzt hat er es gesagt und du hast es nie gehört Sagt Den Code Merken 5731 Oh, er ist trustworthy Toll Jetzt vergasen wir ihn, oder? Äh Ja Mach das Gas an und dann gehen wir einfach, oder? Wollen wir? Ja, komm Der ist nicht trustworthy Ja, der stirbt ja dadurch nicht Na, ist doch trotzdem lustig Der ist nicht Der ist nicht Der ist nicht Der ist nicht Der lebt Der ist echt tot Wahrscheinlich Die Maske steuert ihn doch dann, oder? Ja, dann vorher nicht Ich glaube vorher ist er... Ach, keine Ahnung, Mann Das ist jetzt ein bisschen zu hoch für mich Scheiße Fuck 5731 Nee, dahinter ist nichts 5731? Das sind alle ungeraten Zahlen Nee, 9 fehlt, scheiße Aber das ist ja ein vierstelliger Code Das ist bestimmt Absicht Vielleicht stecken auch die Illuminaten dahinter Oh, was ist da? Hat sich bei dem was gechanged? Ich will da jetzt eigentlich nicht rein gucken Wieso nicht? Ja, nicht, dass er mich dann chastet und so Chastet? Ich doch nicht Der geht jetzt erstmal auf den einen los Die Animationen können die immer verbessern, oder? Die Scheibe tut immer so... So unrealistisch Oder? Ich finde das irgendwie... Ich kann ja besser animieren Ich fand's davor irgendwie besser Die ist wurscht, aber dann... Als der ein bisschen Raumbaukletzung aus ist Ja, das ist wichtig Hm... Hm... So... Be careful Der ist nämlich auch nicht trustworthy Äh... Fuel pump On... On... Katze Ich hasse es immer, wenn dieser Generator angeht Wenn jemand denkt, dass es dieses... Dieses... Wenn er so sein... Sein Ding zusammen... Nerf zusammenbruchte Ja, ich weiß Oh Gott! Oh Gott! Undersafe Jaaa... Kann er sich eigentlich auch sein Ding rausbewegen? Ne, ne? Und er kann nur in diesem Raum rumbleiben Ja, wenn du ihn halt dann... Ja, dann kann er natürlich... Triggerst Dann ist er on fire Hey... Da hinten waren wir schon Ein Feier Ein Feier Ne, da waren wir noch nicht Äh... Wow! Krasser Sound! Meinst du, das war... Das war ein Fehler, oder? Ne... Das ist ein neuer Sound, hätte ich gesagt Hätte ich gesagt Ui... Chill mal Ja, dann... Bleib auch bitte da Jetzt hätte er da auftauchen müssen Jaaa... Oh nein 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 Holzkohle Schon wieder Ich habe ihn grad noch gesehen Ohhhh... Naja... Wir haben eh schon ewig gezockt, Junge Alter! Ja, das stimmt eh nicht Ja, trotzdem... Es ist ja trotzdem lang Naja... Ich weiß nicht, wie lang war das? Halbe Stunde? Geht schon... Wir haben ein bisschen was gesehen Aber äh... Es tankt auf jeden Fall nicht aus Wir müssen... Wir müssen die neue Version öfter spielen Ja... Ich werde immer wieder spielen Ach was... Plötzlich... Ja, äh... Gut... Dann spielst du das nächste Mal Die Folge laden wir, denke ich auch Etwas früher hoch Ja... Dass es mit Update ein bisschen zusammenhängt Und äh... Nächste Woche... Gibt's dann... Eine User Map Hm... Sag ich jetzt einfach mal so Mhm... Und dann geht's mit Retro weiter Ja... Genau... So oder so ähnlich Ihr werdet es dann schon mitbekommen, denke ich Bis dann... Bleibt geschmeidig... Liebe Jungs... Ja... Und Mädels... Ja... 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 Ja...